Der Kanzler hat gesprochen, ganz Österreich soll getestet werden. Aber was steckt tatsächlich hinter den sinnlosen und überteuerten Massentestungen? Welchen Zweck verfolgt die Regierung? Anstatt einer sinnvollen gesundheitspolitischen Maßnahme handelt es sich eher um eine Art sozialpsychologischer Versuch und gleichzeitig natürlich ein organisatorischer und logistischer Testlauf für die geplanten Massenimpfaktionen. Das ist ja das, was in Wahrheit dahinter steckt, wo man einfach einmal schauen will, wie viele Bürger leisten diesen Aufforderungen und diesen Appellen dann auch tatsächlich Folge? Wo muss man noch nachschärfen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen und die Menschen möglichst gefügig zu machen? Das ist das, was zurzeit im großen Stil abgetestet wird. Aber das ist noch nicht alles. Hinter den Massentestungen steckt offenbar auch ein Geschäft und zwar ein sehr großes. 67 Millionen Euro dürfen die Österreicher für das Massenexperiment des Kanzlers blechen. Österreich bezahlt für dieselbe Anzahl an Antigindes um mehr als die Hälfte mehr als der slowakische Nachbar. Aber wie kam es überhaupt dazu? Nun ja, der Beschaffungsprozess ist äußerst dubios. Im September reist der Kanzler kurz in die Schweiz. Ein offizielles Pressefoto seines Besuches wirft einige Fragen auf. Man sieht hier den Herrn Bundeskanzler, aber interessant ist der Herr gegenüber. Das ist nämlich der Vorstandsvorsitzende von Roche. Das ist der Vorstandsvorsitzende von Roche namens Severin Schwan. Und mit am Tisch sitzen noch zwei andere große Vertreter von Pharmakonzernen, nämlich von Novartis, das ist dieser Herr da, und von Lanza, das ist der Herr dort im Hintergrund. Angeblich habe man sich an diesem 19. September über den Stand der Forschung in Sachen Corona-Impfstoff unterhalten. Und da wird man stutzig, wenn man dann Schweizer Medien anschaut, weil die Schweizer Medien, oder in Schweizer Medien nämlich klar zu lesen ist, dass die beiden Schweizer Pharma-Riesen Novartis und Roche, das sind genau die, die hier die maßgeblichen Player sind, in Sachen Coronavirus eigentlich durch Abwesenheit glänzen. Die haben also mit der Impfstoffforschung überhaupt gar nichts zu tun. Die Firmen Novartis und Roche, die machen was ganz was anderes. Antigen-Tests verkaufen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auffällig ist auch ein Fernsehauftritt von der ÖVB-Gesundheitssprecherin Gabriele Schwarz drei Tage später. Und da hat die Frau Schwarz dann gesagt, ich zitiere, es wird die Schnelltests geben, Roche wird damit Ende September auf den Markt kommen. Also die Frau Gesundheitssprecherin Schwarz weiß am 22. bereits in einer Art hellseherischen Fähigkeit im Grunde genommen das Ergebnis des Ausschreibungsprozesses. Sie weiß am 22. schon, dass unter dem Strich dann eigentlich Roche diejenige Firma sein wird, die einen Großteil dieser Testdinge auch liefern wird. Und aus meiner Sicht kann sie das ja nur gewusst haben aus der Reisegruppe des Bundeskanzlers heraus. Dafür spricht ja auch der zeitliche Zusammenhang 19. beziehungsweise 22. September. Ein paar Zufälle zu viel, oder? Die FPÖ fordert nun völlige Aufklärung und Transparenz. Ich sehe jetzt die Bundesbeschaffungsgesellschaft voll im Zugzwang. Wir fordern diese Gesellschaft auf, jetzt sofort auf den Tisch zu legen, wie viele Angebote eingeholt wurden. Wir wollen sofort wissen, ob alle Unternehmen, die Rahmenverträge haben, zur Angebotslegung auch eingeladen worden sind. Wir wollen wissen, wie waren denn die angebotenen Preise? Wir wollen wissen, wer hat denn die Entscheidung zugunsten der jetzt zum Zuge gekommenen Unternehmen getroffen? Und wir wollen wissen, was war denn die Grundlage für diese Entscheidung? Der Schnäppchenpreis kann es nicht gewesen sein. Das ist in der Zwischenzeit evident.